Hallo zusammen, Making of Cute, ein Arrangement von Nil Hefti, extra eingespielt für meine Musikerinnen und Musiker der Cominios Big Band. Ein Making of, eines Abschnitts, den ich jetzt mal einspielen will. Es macht riesen Spaß, mit dem Sampleset vom Logic Pro die Bläser einzuspielen. Klingt natürlich alles ein bisschen Plastik, nach Plastik, aber eigentlich ganz witzig. Leider pfeift mein altes MacBook hier dann schon aus dem letzten Loch und einmal stockt es ein bissl. Viel Spaß! Es geht los mit Alt 2! So, na, na, na. Ja, hat er noch was gespürt. Leider aber, das passiert. Oh, oh, oh. Oh, oh. Drei und alt eins. 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 So, dann machen wir die Blechbläser auch noch gleich. Die klingen dann so. Aber schauen wir mal, wie das klingt. So, Aufnahmebereich einstellen und schauen wir jetzt wieder los. Drei und alt eins. 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 Drei und alt. 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 Bereich anders einstellen. Und dasselbe gleich nochmal mit Trompete 1 und 2. Ja, so oft habe ich das in meinem Leben auch noch nicht gemacht. Und gleich nochmal. So, jetzt noch mit Trompete 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10. Ja, das MacBook rödeln schon. Auf letzter Relle. So, Trompete 3. Schade, gerne mal hier. Schade, gerne mal hier. Schade, gerne mal hier. Und Trompete 4. Schade, gerne mal hier. Schade, gerne mal hier. Schade, gerne mal hier. Schade, gerne mal hier. Was soll man da vorher doch mal anschauen? Okay. Vorzeichen. Scheiß, Transponiererei. Schade, gerne mal hier. 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 Und Trombone 2. Schade, gerne mal hier. Und jetzt wieder verspäuen. Schade, gerne mal hier. So, da schummelt man sich jetzt dem Anton dort zurecht, wenn ich mich schon wieder verspulen. Ein G, so kein G, feindlicherweise so, Trombon 3. So, das ist der Trombon 4. So, das ist der Trombon 4. So, da habe ich irgendwo Wurschtfinger gehabt. So cool ist, ein letztes Mal Trombon 4. So, das ist der Trombon 4. So, das ist der Trombon 4. So, das ist der Trombon 4. So, und einmal den ganzen Abschnitt. So, jetzt. Andere, D. Aha. Da ist jetzt irgendwas drin, was nicht reingeht. So, das ist das, was ich jetzt gerade gespielt habe. So, jetzt kümmer ich mich noch um die Leichen, die dann drin sind. Und dann ist irgendwann fertig. Ciao. Oh-oh. Vielen Dank.